Security-Identifier sind dazu da, um bestimmte Security-Prinzipale oder Gruppen unter Windows zu identifizieren. Leider sind diese Namen lokalisiert, also zum Beispiel sind die in einem deutschsprachigen System anders als in einem englischsprachigen System. Beispielsweise heißt die eingebaute Administratorengruppe auf Englisch built-in backslash administrators und auf Deutsch vordefiniert backslash administratoren. Oder das englische NT-Authority backslash system wird an einem deutschen System zu NT-Autorität backslash system. Und also das finde ich ganz abgefahren, dass dann auf einmal ein Bindestrich eingesetzt wird, wo es im Englischen einfach ein Leerzeichen ist. Aber egal, diese unterschiedlichen Namen können problematisch sein, wenn sie in Skripten hart reingecodet werden, also wenn sie da einfach fest direkt so mit dem Namen reingeschrieben werden. Und falls das Skript dann auf einem anderssprachigen System ausgeführt wird, dann schlägt es in der Regel fehl. Also kommt dann natürlich auf das Skript an, was es da jetzt genau macht. Aber wenn zum Beispiel versucht wird, built-in backslash administrators irgendwo hinzuzufügen, aber die Gruppe heißt eigentlich Administratoren, dann funktioniert es natürlich nicht. So war das zum Beispiel auch bei diesem Skript hier find-mailbox-delegates.ps1 vom Microsoft FastTrack Team. Dieses Skript, das soll bei Migration zu Exchange Online helfen, dass da so ein bisschen die Postfachberechtigungen aufgeschlüsselt werden können, die man in einem Exchange-On-Premises-System hat. Und bei diesem Skript war jetzt NT-Authority-Self drin, hart gecodet. Und ich habe es versucht, bei einem Kunden an einem deutschsprachigen System auszuführen. Das ist dann natürlich fehlgeschlagen. Und anstatt da jetzt nur das Deutsche einzutragen und dass dann quasi, dass da zwei Optionen im Code drin sind, habe ich mich daran gemacht, dass der Code jetzt einfach global funktioniert. Also egal, welche Sprache man da jetzt auf seinem Exchange-Server installiert hat. Und gelöst habe ich das Ganze über eine .NET-Methode. Nämlich wird hier eine Funktion aus der System Security Principle Security Identifier-Klasse aufgerufen. Nämlich einfach New. Dann wird eine bestimmte SID verwendet. Dazu gleich nochmal mehr. Und das wird dann mit der Translate-Methode von diesem neuen Objekt, wird es dann der Wert abgerufen. Diese SID, die habe ich natürlich so nicht im Kopf gehabt, sondern es gibt von Microsoft eine Dokumentation, in der diverse Security Identifier aufgelistet werden. Also ich denke, das sollten wahrscheinlich alle sein, die da dann auch in der Doku drinstehen. Aber keine Ahnung. Und ich habe auch auf GitHub ein Beispiel, wo dann die kompletten Befehle für verschiedenste Security Identifier drinstehen. Also ist hier zum Beispiel der Code, um NT Authority System bzw. NT Autorität System abzurufen. Das zeigt dann immer auf das, was halt das Richtige ist für die Sprache auf dem lokalen System. Und aber auch für zig andere, hier für Network Service, Local Service, This Organization, Authenticated Users, Built-in Backslash Administrators und, und, und. Ich habe aber nicht alle möglichen SIDs jetzt hier reingetan, sondern nur so ein paar, die mir halt über den Weg gelaufen sind. Wenn euch da noch was fehlt, dann könnt ihr die SID, die ihr braucht, dann in der Microsoft-Doku nachschlagen. Also wenn ihr zum Beispiel Creator-Owner, also Ersteller-Besitzer irgendwie haben wollt, dann könnt ihr euch diese SID rauskopieren. Nehmt den Code, den ich eben auch so benutzt habe und setzt dann dort einfach statt der SID, die schon drinsteht, eure ein. Und dann kriegt ihr da den entsprechenden Wert für euer lokales System zurückgeliefert. Ich würde immer empfehlen, jetzt damit zu arbeiten, anstatt irgendwie irgendeinen bestimmten Standardsicherheitsprinzipalnamen oder Gruppennamen fest ins Skript einzucoden. Also gerade so englische und deutsche Systeme ist ein Problem jetzt so im deutschsprachigen Bereich. Deswegen wird auch oft empfohlen, hey, macht eure Server einfach auf Englisch. Würde ich jetzt grundsätzlich auch eigentlich eher machen. Aber wenn es jetzt ein alter Server ist, dann kann man es vielleicht nicht einfach mal ändern. Okay, das war alles, was ich euch zeigen wollte. Wenn ihr es interessant oder nützlich fandet, lasst ein Like hier auf YouTube da. Den ganzen Code hier und einen Artikel von meinem Blog verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten danke fürs Reinschauen. Haut rein!